Hallo und herzlich willkommen zum ersten Video auf diesem Kanal. Ähm, falls es irgend... Wir sind das... Also wir sind neu. Das heißt, es könnte noch irgendwas schieflaufen. Aber jeder hat mal angefangen. Wir spielen heute Tower of Hell zusammen mit... Liv! Ja. Ja, zusammen mit Liv! Okay. Und ich heiße Fileto, genauso wie der Name halt da steht. Und wir machen Wettrennwerte, als es oben ist. Und ich hoffe, ich gewinne. Und der, der gewinnt, kriegt 10 Euro. Ich bin nicht abgemacht. Na gut, dann nicht. Wir sind sehr dumm. Nein, ich bin nicht. Wackst du? Ich gewinn das. Easy. Oh nee, du bist ja schon bei der zweiten Stage. Ja. Ich muss noch mal reinhauen hier. Moin. Moin, mein Like. Nein. Ach ne. Oh Mann. Wo bist du da? Ich krieg dich. Folgt alle auf meinem YouTube-Account. Und TikTok. Ach so, wenn euch unsere Videos gefallen, lasst gerne ein Abo da und ein Like. Das würde uns riesig unterstützen. Ja. Danke. Ähm, ja. Ich hoffe, wir kriegen... Was sollen wir noch übern sagen? Wir sind freundlich. Super. Ähm. Ja. 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 Also, wir sind Geschwister. Kann man das sagen? Ja, sind wir. Steht Geschwister. Egal. Und, ähm, ja. Wir labern meistens über Kacke. Nein. Das können wir nicht sagen. Ist nicht auf Kacke. Also, das schneiden... Also, das müsst ihr... Das war nicht so gemeint. Das können wir rausschneiden. Sorry, wenn wir ein bisschen viel rausschneiden. Aber... Der Anfang ist schwierig, aber sonst ist es einfach. Vielleicht. Oh, mein Tower. Ja, komm, jetzt laber. Der hat es oben, es hat gewonnen. Also, wir sind nie so gut. Ich bin wohl gut. Naja, das weiß man nicht. Hä? Oh, ich hab vergessen, dass du diese Stange da kam. Mist, jetzt hab ich dir ja was verraten. Egal. Erstmal Diet. Ja, erst mal... Diet. Ja, vor allem. Richtig gute Aussprache. Eins plus in Englisch. Ja, mhm. Na ja, alles klar. Ein krass. Ein krass. Englisch eins finden. Fileto. Fileto zwei. Hä? Okay, nimm. Auf jeden Fall. Let's talk my Roblox Games. Manchmal auch Minecraft. Ja, aber nur auf der Switch. Nein. Doch. Oh, okay, nimm. Nein, doch, oh. Auf jeden Fall. Klappt es dann an. Okay, nimm. Komm schon. Ich schaff das. Oh, du bist du? Dritte Stage. Erst du. Äh, zweite meine ich. Achso, hat mich auch schon gewonnen. Nicht so gut. Ähm, ähm. Fieser. Alli, hallo. Nein, mach dich nicht über Bibi lustig. Ach, ich auch nicht. Das ist mir okay, letztens. Oh Mist, ich bin runtergekommen. Und was hatte sie? Weiß ich nicht. Ich hab das Video nicht zu Ende geguckt. Na, mut doch mal. Dann wird Spaß mit einem. Naja, das kann tatsächlich sein, aber das war komplett dumm. Oh, oh. Ich dachte gerade, ich wäre gestorben, aber ich bin nicht gestorben. Ich bin nur so gut. Intelligent. Man merkt, dass wir krass sind. Boah, das war krass. Also, unser IQ ist 1000. Mit mit Sternchen. Ja, 1 plus mit Sternchen würde ich mal sagen. Ach, wenn ihr euch wundert, dass da irgendwie so eine dumme Kette da oben drauf ist, irgendwie, vor meinem, also dieses, wo CPU und so draufsteht, das weiß ich nicht. Ist einfach gekommen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie das weggeht. Achso, ja, und ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ich spielen soll. Ja. Ähm. Ist gerade gestorben. Mist. Ach, come on. Das schaffe ich. Ich bin heftig. Und ja, was soll ich mir noch was sagen? Ihr könnt auch gerne auf meinem Kanal folgen. Da heißt... Ich poste, äh, Lost Livia. Ich poste irgendwann auch Videos, aber... Achso, und mein Profilbild, das ändere ich noch irgendwann, aber da hatte ich, das habe ich jetzt noch nicht geändert, weil ich das noch nicht hinbekommen habe. Man, ja, wie cool, äh, wie krass wir sind mal nicht. Mist, ich war bei der, äh, ich war bei der Ruhe. Ja, ich auf jeden Fall. Ich hab's noch mal auf. War ich bei Hellrot? Ich glaub, es war Hellrot. Auf jeden Fall, ja. Falls ihr irgendwas, irgendwelche Fragen habt, oder so, stellt sie gerne in die Kommentare. Äh, ja. Also, meine Hobbys sind tanzen und malen. Ähm, ich muss jetzt auch nicht den ganzen Lebensverlauf erzählen, aber... Doch, nicht. Nicht. Nein, ich darf nicht den Lebensverlauf erzählen. Oh Mist. Ähm, ja. Ja, falls ihr Videos von mir sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Vielleicht bin ich dabei. Vielleicht aber auch nicht. Okay. Ja. Also, wir sind halt nicht so oft beieinander. Kann man das sagen? Also, wir sind so oft nicht so. Ja. Also, was sonst? Kann man machen, das ist... Macht man aber, hä? Hä? Wir können die Videos ja auch zusammenschneiden, ne? Ja, Telefonie. Okay. Und ja, also, wir sind halt noch nicht so gut, jetzt so, ja, keine Ahnung, schneiden und so. Also, beschwert euch nicht, wenn das jetzt so schlimm ist, aber jeder hat mal klein angefangen. Ja, auf jeden Fall. Kloppt es dann. Mann, ich verkack die ganze Zeit. Mann, ich verkack die ganze Zeit. Du darfst das nicht sagen. Sonst wird unser YouTube-Video gesperrt. Okay. Nicht egal. Au. Au, au. War das knapp. Deine Freundin. Oh, no. No. Okay, das müsst ihr nicht wissen. Das sind Freunde. Hello, tak is my friend. Ja. Dann geht es jetzt auch weiter mit dem Video nach einem kleinen Werb-Spot. Nein. Ja. Pasche. Nein. Okay. Okay, dann jetzt geht's. Okay, dann jetzt geht's. Ich glaube, ich bin nicht der Beste, aber da muss man ja nicht drüber reden. Deshalb. Du hattest nur zwei. Ich war bei 25. Was? Nur eine Tauer? Habe ich gar nicht gecheckt. Ah, ich habe gar nichts gecheckt. Okay. Gar nichts. Ich habe nur eine Bier getrunken. Nur eine Bier. Habt ihr TikTok? Schreibt es in die Kommentare. Okay. Ich habe TikTok. Krass. Wir verlinken das in der Infobox. Okay. Okay. Ja. Muss man machen. Kann man aber nicht. Doch. Kann man. Ach, das ist mir wirklich gar nicht. Ja, das ist halt jetzt so ein Vorstellungsvideo. Ja, was soll man sagen, ne? Wir sind krass. Okay. Ähm. Ja. Irgendwann schlagen wir da. Klappt es dann. Wir wollen schneiden die dann heraus. Wie lange nehmen wir denn? Mann, wollen wir was anderes machen? Wir können doch in einen anderen Tower. Das Pro Tower. Pro Tower? Ja, das kriegen sie easy. Easy. Krass. Hm. Vielleicht, hoffentlich, werden wir im gleichen Gespräch. Ja, okay. Wir wollen im gleichen Gespräch. Ich gewinne. Wollen wir im gleichen Gespräch? Ja, ich bin neben dir. Okay. Hab dich nicht gesehen. Die Akku ist gerade alle gewesen. Ich hab dich gerade etwas aufgeregt. Ähm. Aber er weiß nicht. Oh, okay. Wir waren ab Pro. Ich war halt schnell. Ja. Das ist los. Nein. Und wir wohnen da und da. Und in der Stadt. Okay, nein. Wir wohnen auf dem Dorf. Nein, im Dorfkinder. Ich bin halt wirklich Dorfkinder. Dorfkinder. Darauf sind wir stolz. Ich bin ein Dorfkinder. Darauf bin ich stolz. Also ich, aber ich finde irgendwie, als Stadtkind kennt man auch alle Lieder so. Auf TikTok sagen die immer so, ja, nur die Dorfkinder kinden die. Die sagen halt immer so. Moin Meister. Okay. Ich meine, jetzt hab ich vergessen, was ich sagen wollte. Krass. Wie lange nehmen wir auf? Lange. Ja. Wie lange helfen wir auf? Ähm. Ja. Ähm. Was soll man sagen? Das sag ich voll oft, aber egal. Ich heiße Livia. Bin so und so alt. Also alter und so sagen wir nicht, ne? Das dürfen wir nicht. Was heißt dürfen? Sollen wir nicht. Ja, bin vergeben. Also, jetzt geht's da draußen. Ladet euch Parship runter. Schnapp raus. Ja, nein. Stimmt. Dann wär das Urheberrechtsverletzung. Das müssen wir sogar rausnehmen. Das wär eindeutig Werbung. Wir müssen auch keine, keine Chance in das YouTube-Video nehmen. Das sieht YouTube als Urheberrechtsverletzung an. Ah, klar. Meinst du, wie lange wir jetzt sitzen werden und das schneiden? Oh ja, endlich. Es ist sechs Tage später. Nein, wir gehen jetzt wieder näher. Ja, morgen ist Ostern. Äh, wir wissen noch nicht ganz, wenn das Video online kommt. Vielleicht morgen. Oder heute. Ja, an Ostern. Osterspecial. Osterspecial. Wow. Krass, Leute. Boah, mir macht das gerade irgendwie mega Spaß, ne? Ja, ne? Ist unser ganzes YouTube-Video so komplett kacke? Was kommt denn, machen wir heute noch eins, ne? Ja. Wenn das kacke ist. Können wir ja vordrehen. Als ob das Licht von meinem Aquarium ist gerade ausgegangen? Komplett der Nervkrank? Ja, er liebt Fische. Ja, er ist auch einer, dass er nach der Nervkrankheit ist. Ähm, ja, das ist, also, wir können ja... Große Familie. Große Familie? Bruder, Schwester, Tochter. So, jetzt haben wir uns wieder beruhigt. Ja, also, es gibt schon mehrere Lachflash. Lachflash? Ja, komplett Lachflash. Lachflash 1A komplett. Ja, morgens Ostern. Freust du dich? Ja, voll. Ja? Ja. Ja, also... Ja, nett, wo Osterhase. Oh, ich bin einer, das ist nicht schlecht. Ben. Ich bin halt, obwohl die Stage so einfach ist, bin ich immer noch nicht weitergekommen. Ich weiß noch nicht. Ich bin halt krass. Ich weiß noch nicht. Nein, Nachricht. Von wem? Weiß ich nicht, hab ich nicht geguckt. Das wollen die nicht wissen. Okay, was? Wir sind halt ein bisschen... Also, wenn ihr Lust habt, mehr von uns zu hören, dann lasst doch gerne ein Abo da und ein Like. Halt es einfach in die Kommentare. Und... Am besten abonnieren, aber reiß doch mal hier rein. Nein, das müsst ihr natürlich nicht. Nur wenn ihr Lust. Wenn ihr uns nicht möchtet, dann ist das okay. Das akzeptieren wir. Wir gehen vielleicht rein. Wir sind traurig, aber... Ich glaube, wir brauchen Notarzt, die rastet hier gerade komplett aus. Pech. Die hat mir da gerade irgendwas ins Ohr geflüstert, aber... Sie hat was geschrieben. Moin, Meister. Sie hat mega viel geschrieben. Ich weiß, hab ich gelesen. Hab ich nicht, aber egal. Ja, falls ihr irgendwas wissen wollt. Wir können auch zusammen einen TikTok-Account eigentlich aufmachen. Nö. Wir können das über meinen Account machen. Ja, ich hab schon Werbung gemacht. Zwei Klicks. Echt? Die haben auch Druckgestelltladen? Ja. Das sollte ihr Werbung machen. Die sind halt berühmt. Ja. Ich glaube, das kam, weil ich das Video auf Englisch gepostet habe. Auf Englisch? Ja. Habt ihr Übersetzer in meiner Tastatur? Ja, voll. Der Moment, wenn man kein Englisch kennt. Also teilweise hab ich selber geschrieben. Aber wenn ich jetzt... Das ergibt irgendwie null Sinn. Ich habe Google-Übersetzer in meiner Tastatur drin eingebaut. Guck, ja, guck. So, dann kann ich auf Google-Übersetzer. Und dann kann ich da Deutsch schreiben. Und dann wird dann da in Englisch geschrieben. Ist doch, ja. Das kann ich dir leider nicht zeigen. Das hab ich dir auch noch Google geschrieben. Ach so hast du das gemacht. Ja. Er denkt, ich... Also ich kann ein bisschen... Nein. Doch. Ja, ein wenig bisschen. Kann man auch in die Mülltonne schmeißen. Auf jeden Fall... Ja. Finden wir nicht gut. Wir wiederholen uns eigentlich die ganze Zeit. Ja. Wir üben noch. Das ist halt das erste Video, ne? Das ist halt das erste Video, ne? Das ist ja schon ein bisschen... Das ist ja schon ein bisschen... Ja. Das kriegen wir. Ja. Was soll man sagen? Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass wenn man Google in Google eingibt, dann Google bei Google? Ja. Krass. Und da, also ich hab's... Ich hab's schon mal ausgetestet. Und das ist dann halt eine unendige Scheibe. Weil dann kannst du halt auf den Link klicken. Da wird dann Google geöffnet. Dann ist in der Google-Suche da... Hab ich aber auch hinbekommen, dass es nicht geht. Mann, warum bin ich auch... Piep, piep. Okay, nenn. Wir können den Rektum da hin. Äh... Äh... Dings sind... Gerade was. Okay, nenn. Wir bezahlen euch das, damit sie aus der Video... Ja, direkt. Erster Tag. Ja. Okay. Au. Stell dir mal vor, du hättest jetzt mit keinem Ton aufgenommen. Egal. Darüber wollen wir gar nicht reden. Ey, sag mal, was schreibt ihr denn die ganze Zeit in den Städt? Na, ihr Lusch... Okay, nenn. Was sollst du denn das sagen? Ich hab's nicht ganz gesagt. Das heißt, es darf nicht zensiert werden. Wir können's aber zensieren, damit... Es muss nicht zensiert werden, besser gesagt. Wollen wir in einen anderen Tower? Lass mal irgendein... ein anderes Spiel spielen. Ich bin rausgegangen. Nö. Nö. Warte, ich bin krass. Okay, nenn. Gut, wir spielen dann jetzt Identity Throat. Ja, so heißt es bestimmt. Ähm... Äh, wir wissen... Also, ich weiß nicht ganz, was ich... Bestimmt wird so ausgesprochen. Das klingt schon ganz okay. Egal. Ähm... Egal. Wir können's ja schreiben. Also, wir können euch... Wir schreiben euch die Spiele, die wir spielen, auch unten in die Bio... Ja. Wie die? Ja, Bio. Bio-Unterricht bei uns. Äh, I have a doctor. Doktor. Super. Ich kann ein bisschen... Also, die Aufgabe hier ist, dass man vom Killer ausweichen muss. Hallo, das darfst du nicht sagen. Doch. Nein. Also, von einem nicht freundlichen Mensch. Ja. Also, manchmal ist er aggressiv, manchmal guckt er dich aber auch einfach nur an. Und verfolgt. Und steht hinter dir. Ja. Und dann muss man den Ausgang hier finden. Und das hab ich bisher noch nicht geschafft, da ich's auch noch nie so richtig gespielt hab. Das kenn ich nur von Livia. Ja, ja, ja. Hm, okay. Alter, stopp. Warum ist er denn ein dover Eingang? Weißt du, wir müssen... Ein Ausgang. Ein... Skitter. Mein Martin! Ich suche ihn. Mein Meister, wo bist du? Ich vermisse dich. Da ist ein Mädchen. Ich bleib jetzt einfach mal bei ihr. Mädchen? Irgendwann Mädchen? Fremd? Okay, ne. Ja, sie ist fremd. Wo bist du? Geht niemals mit fremden Menschen mit. Niemals? Ja. Oh Gott, da geht's weiter. Eigentlich voll gruselig. Hallo, lass doch hier rein. Also, ähm, falls ihr die Namen von unseren Freunden, die wir auf Roblox haben, nicht, äh, also, wir zensieren die halt, weil mit Edna und so... Das wollen wir nicht... Oh nee! Ich hab'n Geräusch gehört, das ist gruselig. Ja, ich würd's auch mal gerne finden, mit diesem Typen. Bist du süßa? Okay, denn... Also, wir nennen ihn jetzt immer Ralf, weil ich hab' das halt irgendwie an einem Dingsnips gesehen, in einem TikTok. Also, Credits gehen ganz am Dichplatz. Ähm, hier ist dieser... Moin! Das ist kein Killer, oder? Nein. Kein Killer, Mensch. Killer sind so groß. Äh, ja. Groß! Riesengroß! Riesengroß! Okay. Das vorschneiden. Ja, auf jeden Fall. Ähm... Komm mit, Mädchen! Ach, Mann! Wo bist du? Das ist voll langweilig! Ja, warte! Oh nein, verlässt mich! Da steht jemand! Ich sag' dir, ich find' den Ausgang hier noch gleich. Oder auch nicht? Meine Freundin kennt den... Also, sie hat das Spiel irgendwie dreimal gespielt. Und sie kannte den Weg vom Anfang einfach auswendig. Ach, das ist doch... So... Ist er das? Hi! Da ist der Spiegel! Guck da nicht rein! Du darfst da nicht reingucken! Wieso nicht? Sonst kommt da... Und du darfst da irgendwo... Äh... Den hab' ich noch nie gefunden. Spiegel, was machst du? Kannst du zaubern? Ach so, äh, wenn gleich ein lautes Geräusch kommt, ja, dann ist... Ach so! Ich seh' mich selber! Ja, das ist ein Stück auch zufälliger Mann. Ach nee! Moin! Oh, ich hab' die ganze Zeit so Angst, dass Ralph... Also, wir nennen den bösen Menschen... Also, er ist ja manchmal böse... Aber wir nennen ihn halt Ralph! So, dann können wir halt einfach sagen Ralph... Damit das Video auch nicht... Ähm... Gruselig ist. Ja, oder wenn ihr halt Angst vor sowas habt, dann... Ja... Warte, jetzt... Da bist du hier, glaub' ich, da hinten, oder? Äh, also, ich seh' niemanden. Ja, ist ein Killer-Nin. Man denkt... Hallo, wir wollten doch böser Mensch sein! Okay, böser Mensch. Warte, wir brauchen für den bösen Menschen auch noch einen Namen. Karl! Peter! Karl! Peter! Peter der Karl! Okay... Mann, das läuft überhaupt gerade nicht für mich! Ich... Ja... Fünf... Warte mal... What's up? Okay, nein! Ich will wieder andere Spiele... Wir können nicht die ganze Zeit andere Spiele spielen, das ist doch... Oh, ich hab die ganze Zeit so Angst, ne? Nothing... What's up? Da ist er, da ist er! Wo, wo, wo? Ralfi? Da war er gerade, da! Da war er! Wirklich! Ich hab immer Angst vor diesen langen Fluren irgendwie, weil man sieht da halt kein Licht am Ende immer. Das macht mir Angst! Bist du, Ralf? Mann! Na dann! Da hinter mir, nö! Da ist er so... Mann, wo ist der denn? Ich will halt mal Peter sein! Ja, Peter! Peter! Also, glaube ich! Ich glaub... Der Peter sei schon! Stand er da! Ralf! Böse! Achso, falls der halt einmal gleich... Part 2 kommt, weil wir technische Probleme hatten! Das habe ich gerade schon gesagt! Nein! Wenn Ralf hinter uns steht, dann kommt halt immer so ein lautes Geräusch! Also nicht schrecken! Ähm... Sechs Jahr später! Okay, nein! Ey! Ich will ihn jetzt finden, damit ich einen Schaf bekommen! Und du fast mein Handy fallen lasst! Es auf dem Boden fällt und kaputt geht! Und wir nie wieder was machen könnten! Oh Mist, ich hab mein Panzerglas noch nicht draufgeklebt! Ich hab das Handy seit einem Jahr! Meine Mutter hat sich jetzt das gleiche bestellt! Oha, da ist jemand! Hallo! Wer bist du? Bist du freundlich? Er hat Angst vor dir! Ich renne! Er denkt glaube ich, dass du der ähm... Ich renne dir hinterher! Auch wenn ich überhaupt nichts machen kann! Ich glaub... Er denkt, dass du Peter... Treffen! Okay! Voller erschrocken! Oha, hier ist blau! Was? Könnt ihr uns bitte in die Kommentare schreiben? Was da...